Hallo liebe Leute, grüßt uns im Witz des Tages von Milikiaminta. Heute der Welches Wort ist Falschwitz. Und... Moment, ich schau mal weiter. Hallo liebe Leute, grüßt uns im Witz des Tages von Falschwitz. Heute der Welches Wort ist Falschwitz. Und zwar ist er von Andreas Weg und ein Grüße an Dicki und das Lima. Und der Andreas hat mir jetzt über Facebook geschickt, könnt ihr auch. Ja, welches Wort ist Falschwitz, zählt so. Welches Wort ist Falsch und passt nicht zu anderen. Da gibt es einmal Incest, Tripper und Monopoly. Tripper, weil das andere sind Familienspiele. Welches Wort ist Falsch und passt nicht zu den anderen. Da gibt es einmal, ähm, Tripper, Monopoly und Incest. Ja, ähm, Tripper, weil das andere sind Familienspiele. Und Erklärung, Monopoly ist so ein Würfelspiel mit Häusern und Selbstverkaufen für Jung und Alt. Und Tripper ist so eine Geschlechtskrankheit. Da holt man sich beim Schicks auf der Straße da. Ja, und, und Incest sind, äh, sind auch Familienspiele. Da machen, ähm, der Vater Sex mit, mit der Tochter, die Mutter mit dem Sohn und, und, äh, der Bruder mit der Schwester sein. Das ist, äh, ist auch verboten. Und, das sind dann aber Familienspiele, genau wie Monopoly. Okay, circa, bitte abonnieren.